Als ich 13 Jahre alt war, hat mir ein Mann aus unserer Gemeinde eine Frage gestellt, die mich sehr beschäftigte. Er fragte mich, wenn du heute sterben würdest, wo würdest du hinkommen? Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte keine Antwort darauf. Und dabei bin ich christlich erzogen worden. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Mein Vater war Sonntagsschullehrer, also habe ich alle biblischen Geschichten auswendig gekannt. Ich kannte Gott, ich kannte Jesus, ich habe an sie geglaubt. Aber diese Frage, wo kommst du hin, wenn du stirbst, auf die hatte ich keine Antwort. Hast du eine Antwort darauf? Weisst du, wo du hinkommst, wenn du eines Tages sterben wirst, wenn du vielleicht heute sterben wirst? Weisst du das? Ja, die Frage haben sich schon sehr viele Menschen gestellt. Wo komme ich hin und wie komme ich in den Himmel? Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und es gibt ja die verschiedensten Antworten drauf. Und wir haben das so ein bisschen drin, dass wir denken, wir müssten einfach gute Werke tun, um in den Himmel zu kommen. Oder vielleicht viel, viel Geld spenden, um in den Himmel zu kommen. Oder wenn ich einfach ganz, ganz fromm bin und wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe und ganz, ganz viel bete und ganz viel in der Bibel lese, dann müsste es doch eigentlich reichen, dass ich in den Himmel komme. Oder der Gefängnisaufseher im Kerker, dort, wo Paulus und Silas gefangen waren, den hat diese Frage auch beschäftigt. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 16, Vers 30 und 31. Dann führte er, der Gefängnisaufseher, die beiden hinaus und fragte sie, Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und jetzt kommt die Antwort von Paulus und er sagt, Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Wow. Äh, so einfach? So simpel? Kein Zehn-Punkte-Plan, keine tausend Gesetze, die man einhalten muss oder die man ankreuzen muss. Check, 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 habe ich alles gemacht, habe ich erfüllt, da, 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 also komme ich in den Himmel. Nichts dergleichen? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet? So einfach ist es? Ja, so einfach ist es. Gott hat es absichtlich so einfach für uns gemacht. Denn er wusste, wir können keinen Zehn-Punkte-Plan, wir können nicht tausend Gesetze erfüllen, um in den Himmel zu kommen. Das geht nicht. Wir sind Menschen, wir sind Sünder. Wir alle haben gesündigt und mangelndes Ruhmes, den wir eigentlich bei Gott hätten. Wir schaffen es aus eigener Kraft nicht, in den Himmel zu kommen. Du denkst, du schaffst es vielleicht doch? Oder du kennst jemanden, der super, super, super fromm ist, der garantiert in den Himmel kommt, einen ganz, ganz guten Menschen, der viele, viele gute Werke getan hat. Kennst du so jemanden und denkst, der oder die wird bestimmt dadurch in den Himmel kommen? Naja, ich muss dich leider enttäuschen. So wird es nicht gehen. Denn selbst wenn du nur eine einzige Sünde in deinem ganzen Leben getan hättest, würde es nicht ausreichen für die Herrlichkeit Gottes. Denn Sünde und Herrlichkeit Gottes, das geht nicht zusammen, es funktioniert nicht. Es ist wie wenn du ein Omelette machen würdest und du nimmst zehn Eier dafür, weil du eine ganz große Familie hast und du machst klack, erstes Ei kommt rein, klack, zweites Ei, drittes Ei, alle sind gut bis auf das neunte Ei. Oh je, das neunte Ei ist faul. Was machst du jetzt mit den Eiern? Du hast acht gute Taten vollbracht, aber die neunte, die ist leider faul. Kannst du jetzt noch irgendwas anfangen mit dem Omelette? Nee, du musst alles fortschmeißen, denn das eine faule Ei hat das Ganze verdorben. Und so ist es auch mit uns als Sündern. Wir können den Himmel nicht erarbeiten, nicht erkaufen. Wir können überhaupt nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Nur glauben. Glauben. Jesus sagt auch von sich selber in Johannes Kapitel 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mein Grossvater, als er schon sehr alt war, über 90 Jahre alt und im Altenheim war, hat meine Mutter ihn eines Tages besucht und er war ziemlich besorgt. Und hat meine Mutter gefragt, du, was denkst du, reicht es? Meine Mutter, was reicht es? Ja, reicht es, um in den Himmel zu kommen? Und meine Mutter so, äh, hast du Jesus lieb? Und mein Grossvater, ja. Und dann meine Mutter, dann reicht es. So einfach ist es. Hast du Jesus lieb? Dann reicht es. Glaubst du, dass er für deine Sünden gestorben ist? Dann reicht es. Vertraust du ihm mit deinem Leben? Dann reicht es. Ich habe noch eine andere Bibelstelle gefunden, die wirklich das Ganze nochmal so auf den Punkt bringt. Dieser Glaube an Jesus, dass das Einzige ist, was zählt. Es sind ein paar Verse, aber ich finde die so gut, ich möchte die euch einfach vorlesen. Das steht in Römer 3, Abvers 22. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Jeden. Ist da irgendjemand ausgeschlossen? Nein. Jeder. Jeder, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen alle gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wieder, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Es geht also um Glauben, es geht um Vertrauen. Und jetzt kommt noch etwas. Dieser Glaube, dieses Vertrauen, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist nicht diese Art von Glauben. Jo, ich glaube so irgendwie an eine höhere Macht. Ja, irgendwie glaube ich schon, es gibt einen Gott und so. Das ist ein Glaube, den haben sogar die Dämonen. Und es steht in der Bibel, sie glauben und sie zittern. Also das ist nicht der Glaube, von dem wir sprechen. Es ist dieser Glaube, wo du sagst, ja, ich glaube. Es ist eine bewusste Entscheidung, wo du sagst, ja, ich nehme dieses Geschenk von Jesus an, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich glaube es und ich nehme es für mich in Anspruch. Und ich will mein Leben mit ihm leben. Es ist diese Art von Glaube, die dich in den Himmel bringt. Und als ich 13 Jahre alt war, habe ich das genau getan. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich wusste, ich muss die Entscheidung treffen. Als dieser Mann mich fragte, wenn du heute Nacht stirbst, wo kommst du dann hin? Und ich so, boah, da war mir plötzlich klar, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich muss ganze Sache machen mit Gott. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder ja oder nein. Nein, es gibt kein Zwischending, wenn es um Jesus geht. Da gibt es nur ja oder nein. Und ich habe mich für ihn entschieden. Und ich habe wirklich, das muss ich sagen, ich habe wirklich seither, seit meinem 13. Lebensjahr, eine Gewissheit in mir, so eine ganz tiefe Gewissheit. Ich weiß, wohin ich komme, wenn ich sterbe. Wirklich. Es ist so, wie wenn Gottes Geist sich mit meinem Geist so verbunden hat und diese Gewissheit schenkt. Weil das kann man ja nicht machen, aber es ist wirklich da, diese Gewissheit. Und diese Gewissheit kannst du auch haben. Wenn du sie noch nicht hast, wenn du Jesus noch nicht dein Leben gegeben hast, dann kannst du das jetzt tun, hier und jetzt. Es ist so einfach. Ich habe im Internet ein kleines Gebet gefunden und das möchte ich jetzt einfach vorsprechen. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann mach das jetzt und sprich mir dieses Gebet einfach nach, laut oder in deinem Herzen. Und wenn du das schon getan hast, wenn du Jesus schon kennst, wenn du ihm dein Leben schon gegeben hast, dann nimm dieses Gebet einfach als Bestätigung, dass du wieder ganz neu Jesus Gott sagst, Ja, ich will. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du mich mit deinem Blut reingewaschen hast von all meinen Sünden. Es tut mir leid, was ich alles am Mist gebaut habe, Jesus. Ich danke dir, dass du mich rettest. Komm jetzt in mein Leben und führe mich, Jesus, damit ich der Mensch werde, den Gott vor Augen hatte, als er mich erschaffen hat. Amen. Wenn du das von deinem ganzen Herzen jetzt gebetet hast, dann bist du gerettet. Dann kommst du in den Himmel. So einfach ist es. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann bitte ich dich wirklich, es zu tun. Es ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Wenn heute jemand kommen würde und mich fragt, Damaris, wenn du heute sterben würdest, weißt du, wohin du kommst? Ja, ich weiß es. Weißt du es? Ja, ich weiß es.